Jo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Road2Glove Unboxing. Heute habe ich die Handschuhe Kisten am Start weil die Operation Hydra Kisten sind im Preis gestiegen seitdem die Operation vorbei ist und eigentlich unnötig. Verstehe ich bis heute nicht warum. Wahrscheinlich glauben viele dass die Kisten nicht mehr getroppt werden was aber auch gar nicht so ist. Ja gut dann lass gleich mal die erste aufhebeln. Ich bin heute guter Dinge weil ich ja dann das Video für den Teilnahme also für die Adventskalender aufnehme. Vielleicht lag ich da noch rein. Dann kann ich das beim Adventskalender dann auch gleich rausreffeln. Also dann gleich. Auf Dezember dann halt. So eine Scout wäre schon ein schicker Skin. Ich habe gar nicht geguckt was ich zuerst gezogen habe. Ok. Ne. Ok. Zweimal die Glock. Irgendwas außer Blau. Die M411S Flashback wäre ja auch so ein Skin was man da raushauen kann. Oder die Cyrix. Aber was ist das für eine Condition. Die viel Testet. Ja. Wäre zum Beispiel mal ein Skin fürs EWV. So ich rubbel trotzdem die Handschuhe. Ich will close. Wobei das ist erst die vierte Episode oder so. Weiß ich es nicht. Aber das Blue Skin ziehen geht mir trotzdem auf dem Rand. Ich nehme einfach die. Diese lacht mich gerade so an. Jo. Fällt euch eigentlich bei der Facecam was auf. Also wenn nicht. Ich muss mir das selber dann in der Bearbeitung anschauen. Aber ich habe eine neue Facecam. Das sollte besser sein als die andere. Das sollte mich auch nicht so dauernd überlichten oder so. Wie das der alte halt immer gemacht hat. Und die Flashback gleich. Die Iron Rack Factory Newware könnte die vielleicht auch noch etwas wert sein. 0,08. Da gucken wir uns gleich mal. Das ist minimal. Weil er hat 0,06. Ja ich guck trotzdem mal nach. Wer der jetzt mich gerade interessiert. Und der Preis liegt für 76 Cent. Das ist eigentlich Nuffin. Nice. So. Aber das sind Pink Skins eigentlich auch eigentlich. Nix krasses dabei. Ich glaube das sind die Dual Brows sogar mehr wert. Dem vier auf jeden Fall. So. Die Cyrex auch. Und da ziehst du gleich den Pink Skins vorbei. Und dann ist es wieder die ranzigige Galil. Hm. Jo. Ich erinnere mich. Es ist wirklich eine Katastrophe mit der Drop Rate von den Kisten. Du ziehst 200 Kisten. Sagen wir mal zu 90% nur blau. Und dann ist es wieder Cyrex. Das ist nice. 0,22. Das ist nicht FN. Jetzt sind wir auch schon wieder bei den letzten zwei Kisten. Und da muss doch irgendwas sein. Ja die Nova ist es jetzt nicht. Das ist mal klar. Aber das ist minimal. Aber es juckt auch rein. Gut. Letzte Kiste. Ich reib nochmal richtig hart die Handschuhe. Weil jetzt kommt der Winter. Da wird es ja kalt. Da braucht man ein paar. neue Handschuhe. Und dann wird es wieder die Nova. Hm. Gut. Aber ich glaube von Drop Sierra war ich besser als in der letzten Episode. Und auf jeden Fall besser als in der zweiten. Aber ja gut. Ja dann war es das auch schon wieder mit dem Video. Also von Skins hatte ich heute kein Glück. Daumen nach oben würde ich mich trotzdem freuen. Schreibt mir in die Kommentare ob ich beim nächsten Mal wieder die Handschuhe Kisten nehmen soll. Oder die Operation Hydra Kisten. Und über ein Abo würde ich mich auch freuen. Und dann sage ich auch Ciao. Und bis zum nächsten Mal. Euer Alex. Musik